Computerkumpel.de Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr einen Adblocker installieren könnt. Ihr fragt euch, was ein Adblocker ist, der nimmt euch nervige Werbung von Webseiten runter. Ich zeige euch mal ein kleines Beispiel. Das hier ist zum Beispiel die Seite chip.de und wie ihr sehen könnt, gibt es hier unten, hier ist eine Werbung eingeblendet zum Banner und hier unten ist noch so eine Werbung eingeblendet zum Banner und hier ist irgendwo Amazon Prime Day drin als Anzeige und solche Sachen. Und manchmal möchte man diese Sachen einfach nicht haben und dafür gibt es sogenannte Adblocker. Und wie ihr einen für den Microsoft Edge Browser installiert, das zeige ich euch jetzt. Und das ist auch ganz einfach. Ihr klickt einfach nur hier oben auf diese kleinen drei Pünktchen, um zu den Einstellungen zu kommen und dann auf Erweiterung. Da einmal draufklicken, nach ganz unten scrollen und dann könnt ihr hier weitere Erweiterungen durchsuchen. Da einmal draufklicken, dann landet ihr im Microsoft Store, extra nur für den Edge Browser und die Erweiterung. Da einmal auf Suchen gehen und einfach Adblock eintragen. Ah, man muss das auch tippen. So, Adblock eintragen. Und da gibt es Adblock plus Beta. Die benutze ich immer. Ich finde die sehr gut und die funktioniert sehr zuverlässig. Und ihr müsst es nur einmal auswählen, anklicken und hier auf Installieren gehen. Jetzt rödelt der einen kleinen Moment. Er lädt das Ganze kurz runter. Ihr könnt sehen, das biken durch. Und dann sagen wir starten. Und schon bekomme ich hier bei mir so eine Meldung, dass Appboard plus gerade hinzugefügt worden kann. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich sage jetzt hier einfach mal aktivieren. Und dann schauen wir nochmal, was denn da jetzt passiert. Hier ist es gerade noch so, die Leiste wieder zu. Und hier klicken wir mal rein. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Werbung nochmal wiederfinden von gerade eben. Aber, wie Sie sehen, sehen Sie die Werbung nicht mehr. Ah, doch, da ist sie noch. Okay, da müssen wir einmal aktualisieren und dann schauen wir mal, was passiert. Und jetzt ist sie aber weg. Hier steht noch Anzeige. Aber die Anzeige, die da drunter kommen sollte, ist nicht mehr da. Das ist das Gute. So funktioniert Appboard plus. Wenn euch das geholfen hat, sagt einfach Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ihr Fragen habt. Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch ganz schnell. Auch wenn ihr dazu Fragen habt, wie ihr es wieder deinstalliert. Weil ihr geht hier auch einfach nur wieder auf die drei Punkte Erweiterung. Und scrollt noch oben zu Appboard plus. Und jetzt seht ihr daneben hier so ein kleines Rädchen. Da einfach draufklicken. Und dann könnt ihr hier deinstallieren sagen. Und okay. Und jetzt ist schon deinstalliert. Und jetzt hättet ihr wieder die unglaubliche Werbung. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß dabei. Ciao, euer Computerkumpel.